Ja moin zusammen, super, dass ihr auf Mittwoch wieder dabei seid und es wird nochmal Zeit für ein Reaction-Video auf dem Kanal. Wenn mein Freund Kickoff 5 Transfers für Borussia Mönchengladbach empfiehlt, dann müssen wir die uns natürlich als Community angucken und bewerten. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich werde so ein Format vielleicht auch mal machen, aber dafür muss ich erstmal in die Recherche gehen. Das hat uns Kickoff jetzt erstmal abgenommen und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Vorschläge, was Roland Wirkus ihm da auch abgucken kann. Weil eins ist klar, es kommt wieder ein Umbruch. Auf allen Ebenen, in allen Positionen brauchen wir quasi Verstärkung und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das im Sommer vonstatten gehen soll. Weil so die richtige Überzeugung, dass das in der aktuellen Zusammensetzung so passt, habe ich persönlich bei unserer Borussia noch nicht. Aber ich lasse mich immer gerne positiv überraschen, weil ein Turnaround muss langsam her. Es geht seit Jahren bergab und jetzt muss es langsam wieder bergauf gehen. Egal wie, nützt nichts, weil tiefer darf es nicht mehr gehen. Und ich würde sagen, wir starten rein und damit wir auf dem Kanal bald auch an die 4000 Abonnenten kommen, einfach kostenlos Abo, Daumen da lassen und noch eure Meinung zu den Transfers in die Kommentare. Wäre überragend und ich würde sagen, wir haben genug geschnackt. Gehen wir rein in das Video. Ich habe richtig, richtig Bock. Ja, auch gerne schon mal bei den Kollegen kostenlos Abo und Daumen da lassen bei Kick-Off. Super, super Kanal, super, ja einfach auch mühsame Videos, für wo viel, viel Arbeit drin steckt. Das merkt man einfach und rein da. Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zu 5 Transfers für Borussia Mönchengladbach. Endlich geht es wieder los hier auf Kick-Off mit meinen Transferverschlägen für viele Bundesligisten, Zweitligisten und Drittligisten. Und wie in jenem Jahr blicken wir auch heute zuallererst auf Borussia Mönchengladbach. Wichtig immer zuerst auch auf den besten Vereinen zu gucken, das ist richtig. Ich denke mal, viele von euch kennen das format bereits. Ich schlage 5 neue Spieler vor, für eben auch dann eine mögliche neue Startelf in der kommenden Saison, um logischerweise auch dann in dem Falle Gladbachs Mannschaft auf ein besseres Level heben zu können. Die Borussia ist hier aktuell in der Bundesliga in der Übergangssaison. Ich denke mal, das kann man so auf jeden Fall sagen. Man ist Tabellenelf da, 8. Ja, Übergangssaison, klar. Es ist halt immer schwierig, so Übergangssaison hin, Übergangssaison her, wenn ich unseren Kader sehe, was die verdienen, was wir für einen Marktwert haben, müssen wir einfach besser dastehen. Da müssen sich alle an die eigene Nase packen. Vielleicht haben wir auch Spieler zu teuer eingekauft, die dann zu wenig Leistung zeigen. Vielleicht haben wir in Spieler Hoffnung gesetzt, die die nicht erfüllen können oder beziehungsweise an ihre alten Leistungen nicht mehr anknüpfen können. Und ja, es ist eine Umbruchssaison. Ich lasse das Argument auch irgendwo gelten, aber nicht so und nicht mit der Platzierung und dem Punktestand und den Gegentoren und den Qualitäten, die Rollo hinzufügen wollte, die nicht da sind. 8 Punkte nach Platz 7, nur 5 Punkte vor Platz 16. Aber ich denke, man wird auch am Ende der Saison irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 12 landen. Natürlich wird das keine überragende Platzierung sein. Es gibt auch Kritik, sowohl an Trainer Gerardo Cejuane als auch an Manager Roland Virkos. Aber im Gesamtwerk glaube ich schon daran, dass es richtig sein wird, diese Geduld eben auch zu haben, um auch dann zur kommenden Saison erst recht angreifen zu können. Ob das dann heißt, dass man vielleicht sogar wieder um Europa mitspielen kann oder erstmal in die obere Tabellenhälfte, muss man dann sicherlich sehen. Aber es gibt schon die Möglichkeit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Das Bittere ist halt, guckt euch diese Saison an, wie schlecht das Bundesliga-Mittelfeld einfach ist. Ich glaube, es war noch nie so einfach, wenn man denkt, Platz 7 und 8 könnte für Europa-Reiche dahin zu kommen. Also es war, glaube ich, noch nie so einfach. Den nächsten Kader-Umbruch und das eben dann mit möglichen Neuzugängen. Und um dabei Roland Virkos ein bisschen zu unterstützen, gibt es nun mein Scout-Bericht von 5 Transfers für Borussia Mönchengladbach. Let's go! Während ich im Tor nichts wirklich verändern würde, da ist die einzige Frage, ist Jonas Omlin die Nummer 1 oder Moritz Nikolas? Haben wir eben da noch weiter? Die Torwartfrage ist halt auch, also das ist ja auch bezeichnend eigentlich dafür, dass das, du hast mit Nikolas im Top-Torwart, der sich super angestellt hat, der Omlin super vertreten hat. Nimmst den dann raus, was ich auch verstehen kann. Und das geht dann auch in den ersten zwei, drei Spielen katastrophal schief mit Omlin. Ja, das passt einfach zum Gesamtbild Borussia Mönchengladbach in dieser Saison. Auch wieder das. Die Zone in der Breite mit Olschowski, Sippel und Kersken als mögliche Nummer 3 ist die größere Baustelle. Auf jeden Fall die Abwehr. Und da legen wir auch direkt mal los mit Royal Walters. Denn die Borussia hat die viert schwächste Defensive in der Bundesliga. Wir haben auf jeden Fall den Bedarf in der Abwehr etwas zu ändern. Und vor allem kannst du ja auch wirklich jede Position verstärken und eben auch dort mögliche Spiele abgeben. Ich finde, dass es eben auch den großen Bedarf gibt auf der Position des Rechtsverteidigers, wo Stevie Leiner vor einer Vertragsverlängerung steht. Was ich auch grundsätzlich gut finde. Joe Skelly aber auf jeden Fall zu Geld gemacht werden könnte. Er selber träumt ja auch durchaus davon, in England zu spielen. In Gladbach liefert er aktuell nicht ganz so konstant ab, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Hab er die Gelegenheit, hier vielleicht auch sogar eine zweistellige Millionensumme zu bekommen, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Ein Ersatz ist logischerweise dann auch notwendig. Und hier würde ich auch dann im Vergleich zu Leiner und Skelly nach einem etwas kompletteren Gesamtpaket suchen. Und genau das habe ich mit Royal Walters auch dann gefunden. Bevor wir zu Royal Walters kommen, also ich sehe eher noch auf der Linksverteidiger-Position noch eine größere Baustelle. Luca Netz, wissen wir alle, gerade in der Viererkette ist kein Linksverteidiger, auch wenn er es mit Abstrichen manchmal gut macht. Ulrich, verletzt gewesen, hat in der Vorbereitung gut gespielt, aber er kann es ihm kaum Vertrauen schicken. Schenken aktuell oder kann es jetzt nicht auf ihn bauen als erster Linksverteidiger. Kiarodia ist für mich ein klarer Innenverteidiger, auch würbar. Also hast du wirklich eigentlich gar keinen Linksverteidiger. Und unsere Außenverteidiger-Position, da hat man vor der Saison gehofft, also ich als Fan, dass das klappt. Aber, wie gesagt, das sage ich immer, wir haben halt Leute im Verein, die dafür bezahlt werden, um nicht zu hoffen, sondern um das gut aufzustellen. Und da sind wir einfach nicht gut aufgestellt. Und ich glaube, dass du auf der Außenverteidiger-Position, Leiner macht es jetzt gut nach seinem Comeback, Gott sei Dank. Skelly ist defensiv auf der Linksverteidiger-Position, das war natürlich sogar besser als auf rechts. Aber gerade mit dem Druck nach vorne, mit der Verschiebung sind unsere Außenverteidiger unteres Bundesliga-Durchschnitt. Das musst du einfach so sagen. Und ich glaube, dass du sogar zwei Außenverteidiger versuchen musst zu holen, die auch mit nach vorne anschieben und die Seite irgendwie halbwegs dicht bekommen. Und ja, gucken wir uns mal den jungen Mann hier an. Denn der spielt Akklob im FC Arsenal, allerdings in der U23. Dort ist er Stammspieler und ist wohl auch nah dran, zumindest mal im Profi-Team immer und immer wieder reinschnuppern zu können. Walters ist 19 Jahre jung, englischer U20-Nationalspieler und sein Vertrag bei Arsenal, das U23, läuft zum Saisonende aus. Das heißt, der Rechtsverteidiger ist ablösefrei zu haben und passt eben auch perfekt in unser Profil. Denn Gladbach sucht natürlich auch weiterhin nach jungen Spielern, die im besten Falle günstig zu kaufen sind und dann für etwas mehr Geld verkauft werden können. Und Walters bringt logischerweise auch genau das mit. Der Deutsch-Engländer möchte auch den nächsten Karriere-Schritt gehen und bei Arsenal wird das auf jeden Fall schwierig werden. Natürlich ist es auch vorstellbar, dass er dort vielleicht erstmal als Herausforderer eingeplant wird für Ben White, der als Nationalspieler auch unangefochtener Stammspieler auf der rechten Abwehrseite ist. Aber ob es diese Perspektive tatsächlich gibt, wage ich auf jeden Fall zu bezweifeln. Denn der Schritt dafür wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr groß. Gladbach wiederum ist für mich auf jeden Fall so genau der Klub mit der Qualität, mit der individuellen Herangehensweise, der genau zu einem solchen Spieler auch passen kann. Allerdings, bedingt durch die Situation, Außenverteidiger, Vertrag läuft aus, 19 Jahre jung, englischer Unnationalspieler, muss Gladbach hier auf jeden Fall schnell sein. Aber er ist eben auch mit einem Marktwert von 4 Millionen Euro einer, der sicherlich nicht unwahrscheinlich ist, als man ihn kriegen könnte. Und vor allem vereint er eben die defensive Stabilität mit offensiven Skills. Also Walters ist 1,86 Meter groß, hat ein gutes Tempo, eine sehr, sehr gute Sprungkraft. Generell ist das auch seine Stärke, weil er dafür auch in der Luft dann richtig gut unterwegs ist. Und er traut sich auch was im Spiel mit dem Ball zu. Auch deswegen ist er auch flexibel einsetzbar. Er kann sowohl den rechten Verteidiger einer Viererkette geben, er kann auch den rechten Innenverteidiger einer Dreierkette geben, oder sogar auch den Schienenspieler. Und das macht ihn im Vergleich auch dann zu Joe Skelly auf jeden Fall sehr interessant. Also hat Roland Wirkus hier eine Chance zuzuschlagen, Walters für die rechte Seite ablösefrei zu holen, Joe Skelly dafür für eine gute Summe zu verkaufen. Dann würde ich das auf jeden Fall machen. Also kurz mal zu der, ich lasse mal kurz weiterlaufen, bevor wir zu Fandenbosch kommen. Ja, mit Sicherheit super interessanter Mann. Er hat wie gesagt noch, glaube ich, keine Profi-Erfahrung oder kaum Profi-Erfahrung. Und ich würde mir sowas auch mal wieder wünschen, obwohl wir jetzt mit englischen Talenten nicht so viel Glück hatten, muss man sagen. Aber nützt ja nichts. Wäre halt mit Sicherheit gut. Nur, ja, er hat die Themen angesprochen. Erstens müssen wir schnell sein. Schnell bei Borussia Mönchengladbach sind wir in Trainerentlassungen in den letzten Jahren, aber nicht mit guten, schnellen Transfers. Da bewegen wir uns sehr, sehr langsam. Das sieht man jetzt am Beispiel Würber, der Kommunikation vermissen lässt. Ja, und sind da eigentlich eher am Reagieren als am Agieren, ne, aktiv. Ja, und das Einzige, also aktuell haben wir halt schon die Schwierigkeit sportlich. Geht's eher seit Jahren bergab. Finanziell müssen wir immer auf Verkäufe warten, bis wir agieren können. Und so ein bisschen wird auch, ja, Kommunikation, das hatten wir angesprochen, und auch die Strahlkraft nach außen. Also, was absolut geil ist, die Fans, das Stadion, ich glaube, das reizt auch noch viele Spieler, bei Borussia zu spielen. Trotzdem, ja, so ein Manager mit einer Vision, so ein Verein mit einer Vision, mit einer Kaderplanung, die stimmig ist, das sehe ich halt einfach bei uns nicht. Und das sehen die Spieler wahrscheinlich auch. Und dann ist es natürlich unheimlich schwer, so talentierte Spieler von dir zu überzeugen, weil da auch zig andere Klubs dran sind, die wahrscheinlich eine klare Vision haben als wir. Und deswegen wird das unheimlich, unheimlich schwer. Und deswegen sage ich es immer wieder, dass mir sportliche Kompetenz teilweise schon noch fehlt. Das sage ich ja auch gefühlt, seit es den Kanal gibt. Aber ich würde mir wünschen, dass Rollo das hinbekommt. Nur fehlt mir der Glaube daran. Wenn man jetzt so die letzten Transfers schon begutachtet, muss man sagen, denn in Gumu hast du vielleicht zu viel bezahlt für das, was du jetzt bekommen hast. Beim Thomas Schwanscherer mal abwarten. Aber bei ihm sieht man natürlich auch noch technische Mängel. Und hast dann natürlich unheimlich Kapital, gerade mal in die zwei Transfers gebunden. Und ja, es ist echt sehr, sehr schwierig. Und ja, ich hoffe nicht, dass wir im Sommer müssen fünf, sechs Transfers richtig, richtig sitzen. Vielleicht auch bei zwei, dreien, wo du einen Spieler kaufst und dann mehr bekommst, als du eigentlich erwarten kannst. Und das war immer unser Glück. Das hatten wir immer. Und das ist in den letzten Jahren wirklich anders gewesen. Wir haben eher weniger bekommen für das, was wir ausgegeben haben. Und das musste ich schleunigst drehen. Und vielleicht mit Van den Bosch. Aber damit sind unsere Planungen in der Defensive auf jeden Fall noch lange nicht abgeschlossen. Während es links hinten mit Netz und Ulrich auf jeden Fall so weit passt, sehe ich den Bedarf auf der Innenverteidigerposition auf jeden Fall mit am höchsten. Natürlich kann man auch links hinten diskutieren, ob das von der defensiven Stabilität so auf jeden Fall ausreicht. Aber deswegen habe ich auch bewusst mit Walters einen rechten Verteidiger gesucht, der eben auch eine gewisse defensive Power mitbringt. Denn noch einmal, wir haben eben nur fünf Transfers dann sozusagen frei vorzuschlagen. Und da ist die Innenverteidigung auf jeden Fall auch ein großes Problem. Mein Vorschlag ist hier Seno van den Bosch. Aber erstmal blicken wir auf die aktuelle Lage. Maximal Wöber hat man ja ausgeliehen von Leeds als Sofortverstärkung. Ich glaube auch, dass er über Jahre hinweg schon auch ein wichtiger Spieler werden kann, wenn man auch richtig Geld für ihn in die Hand nimmt. Aber für den Moment von dem, was ich persönlich auch von Maximal Wöber gesehen habe, bin ich nicht der Meinung, dass Gladbach hier 12, 13, 14 Millionen Euro in die Hand nehmen sollte. Wenn man Wöber zum Beispiel für 6, 7, 8 Millionen Euro bekommen könnte, dann wäre es was anderes. Aber so ist Wöber für mich auf jeden Fall zu teuer. Stimme ich ihm komplett zu. Wöber, super Typ, charakterlich einwandfrei. Aber 12 bis 12 Millionen aufwärts ist einfach, ja, da bezahlst du wieder mehr, als was du bekommst. Ich mag Max super gerne. Toller Typ. Ich glaube auch, guter Kicker mit dem linken Fuß. Aber ich sehe ihn da auch so. 6 bis 8 wäre fair bezahlt aus meiner Sicht. Alles, was drüber geht, man kann auch über 9, vielleicht 10, obwohl das mir auch schon wieder viel zu viel ist. 6 bis 8 wäre nicht fair bezahlt, dann würde ich ihn definitiv nehmen und dann auf ihn auch bauen in den kommenden Jahren. Vielleicht sogar noch mit Marvin Friedrich. Aber alles andere zu viel. Nico Elwedi könnte auf jeden Fall auch gehen. Wir planen auch damit, dass Elwedi hier gehen könnte. Es gibt Gerüchte rund um Ko Itakura. Und Marvin Friedrich will vielleicht auch mehr, als nur der erste Ersatzkandidat zu sein. Also wir haben ja eigentlich... Marvin Friedrich ist für mich aktuell absolut gesetzt. Charakterlich haut er sich immer rein. Egal wie scheiße es läuft. Spielt solide die letzten Wochen. Aktuell für mich sogar Innenverteidiger Nummer 1. Ruhiggehend Wackelkandidaten. Wir planen jetzt hier mal in der Innenverteidigung mit Itakura, Friedrich und Kiarodia. Es gibt natürlich ein gewisses Fragezeichen. Bei Janschke, Elwedi und Wöber gehen. Das heißt, wir brauchen natürlich hier einen neuen Stammspieler. Und da gibt es, finde ich, auch mehrere interessante Kandidaten. Seno van den Bosch gefällt mir aber auch dann tatsächlich am besten. Denn er ist 20 Jahre jung. Hat sich in der Rückrunde als Stammspieler bei Royal Antwerpen in Belgien wirklich etabliert und durchgesetzt. Und ist eben auch deswegen, weil er das erste in der Rückrunde geschafft hat, zum Glück für Gladbach noch so ein bisschen unterm Radar bei den absoluten Topklubs. Das heißt, du hast genau jetzt Chancen, einem amerikischen O1-Nationalspieler zuschlagen zu können, wenn du ihm logischerweise auch eine gute Perspektive anbieten kannst. Aber das kann Gladbach. Und da bin ich überzeugt von. Denn Seno van den Bosch hat einen Marktwert von 4 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Wenn man eben dann Elwedi verkauft, plus darauf verzichtet, Wöber zukaufen, dann sollte auf jeden Fall van den Bosch zu finanzieren sein. Er ist 1,91 Meter groß, ist ein richtig guter Spieler im Spielaufbau. Das ist wirklich beeindruckend, welche kurzen Pässe, aber auch als recht langen Pässe der Belgier spielen kann. Ist kopfballstark und physisch stark und auch einfach in den direkten Zweinkämpfen. Ein unglaubliches Biest. Also das ist ein kompromissloser Innenverteidiger mit einer spielerischen Qualität, mit Füßen mit dabei, wo er richtig gut mit Fußball spielen kann. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und meiner Meinung nach auch genau das, was Gladbach braucht. Zum einen braucht es mehr defensive Stabilität, das grundsätzlich auf jeder Position. Aber es braucht, finde ich, auch in Sachen Spielaufbau deutlich mehr Qualitäten, deutlich mehr Sicherheit. Und was da van den Bosch mit seinen 20 Jahren bereits ausstrahlt, das ist richtig, richtig stark. Und deswegen würde ich vieles dafür tun, ihn nach Gladbach zu lotsen. Also sehr, sehr spannendes Profil. Definitiv. Bevor ich was zu van den Bosch sage, erst mal allgemein zur Innenverteidigung. Man hat sich halt, muss man einfach sagen, Itakura bitter, lange ausgefallen, dann noch beim Asia Cup. Aber auch Itakura viel, viel mehr in der Innenverteidigung, glaube ich, versprochen, als du dann bekommen hast. Ich glaube, man wird ihn auch langfristig eher auf der Sechs einplanen. Das bringt uns schon so eine gewisse Stabilität, so ein bisschen zumindest, lässt man in den ersten zwei Spielen gegen Wolfsburg und Dortmund zumindest erahnen. Ja, ansonsten, Marvin Friedrich hat mir darüber gesprochen, solide, kannst du drauf besetzen. Nico Elwedi ist für mich eine komplette Enttäuschung diese Saison. In vielen, vielen Momenten zu langsam vom Kopf her, bringt null Stabilität rein, auch wenn er schnell ist, auch wenn er gute Skills hat, auch wenn ich ihn super gerne mag, Top-Typ. Aber, ja, also bei Nico Elwedi, glaube ich, sind nach sieben, acht Jahren dann wirklich auch mal, ja, eine Luftveränderung notwendig. Und ich bin ihm unheimlich dankbar für die Zeit, aber Nico Elwedi, glaube ich, bringt uns keine Stabilität mehr hinten rein. Und dann mit Marvin Friedrich, ja, brauchst du vielleicht sogar zwei neue Innenverteidiger, Seno Vandenbosch, ganz, ganz spannendes Profil, aber auch da musst du sehr, sehr schnell sein, musst du auch agieren und nicht reagieren, warten auf Kuné-Millionen und dann mal gucken, weil dann sind die Leute, die guten Leute weg, weil die können sich halt aussuchen so und wenn dann Gladbach sagt, ja, wir müssen aber erstmal noch einen Monat warten, bis wir Einnahmen generieren, dann kriegst du wieder, ja, Resterampe und dann werden die Spieler teuer und du kriegst weniger, als du bezahlst. Und bei solchen Spielern, ob es jetzt Walters ist, ob es Vandenbosch ist, musst du vor der Transferperiode eigentlich alles dingfest machen. Dann musst du da mal sechs, acht Millionen hinlegen, Kretschi natürlich von Prag, unheimlich spannender Mann, ja, gilt das Gleiche für, Janik Westergaard, ablösefrei, nochmal Stabilisator holen, fett nicht theoretisch, auch eine spannende Idee, ja, um da ein paar Leitfiguren hinten reinzustellen, ne, definitiv, aber da musst du halt wirklich sehr, sehr schnell auf dem Transfermarkt agieren und das sehe ich bei uns aktuell noch nicht. Die nächste Baustelle ist auf jeden Fall die Sechser-Position. Ich glaube, da sind sich auch alle glatt. Bevor er jetzt irgendwas zu Niklas Durf sagt, fände ich absolut geil, fände ich absolut geil, nur fehlt mir daran der Glaube, warum der im Sommer wirklich zu uns kommen sollte, weil, ähm, der kann höchstwahrscheinlich mit Augsburg, ähm, international spielen, danach sieht es aktuell zumindest aus, ähm, ähm, ja, ist aktuell ein stabiler Verein, da werden auch mit, der kann auch öfters als zweimal am Tag warm essen, ähm, und wir müssten halt dafür wieder richtig, richtig Geld bezahlen, ne, wäre aber absolut ein geiler Typ, ich glaube, der würde uns, äh, auf der Sechs, äh, ja, schon richtig weiterbringen, so, auch schon vom Profil, so eine Art Robert Andrich, vielleicht einen Tick offensiver noch, ähm, ähm, aber kann auch ein richtiger Drecksack sein, würde mir richtig gut gefallen, sind da fair, definitiv. ...Gladbacher einig, wo ich immer mehr und mehr von Niklas Dorsch überzeugt bin, seitdem ich auch darüber nachgedacht habe, Dorsch und Gladbach, könnte das vielleicht passen, denn, Julian Weigl wurde ja für diese Sechsterposition im letzten Sommer gekauft, wird sicherlich auch deswegen weiterhin bleiben, weil er ja auch grundsätzlich ein wichtiger Spieler ist, aber ich persönlich bin nicht überzeugt von Weigl als solchen, und dann braucht es eben, wie zum Beispiel jetzt mit Ko Itakura, neben ihm einen Staubsauger, der vor allem auch defensiv, ja, mit auch seinen Job erledigt, wenn man das so sagen möchte, aber wir haben ja Itakura in der Innenverteidigung eingeplant, Christoph Kramer ist, wenn überhaupt, nur noch Ersatz, klar, Sander kommt hinzu, ist für mich aber auch eher ein Achter, ähnlich wie zum Beispiel Rocco Reitz und Neuhaus, also da muss man auf jeden Fall dann mal ganz genau auf der Sechsterposition drauf schauen. Ich bin auch hier davon überzeugt, dass man in Sachen Abgängen, Kone haben wird und vielleicht auch Neuhaus und Sechser ist... Ich bin mal gespannt auf Neuhaus, also ich sehe das auch noch als möglichen Abgang im Sommer, Florian Neuhaus, weil wir haben mit Rocco Reitz, auf den du die Jahre, also auf den wirst du über die nächsten Jahre bauen, du hast mit Jule Weigl gefühlt auch eher einen Achter, Chris Kramer wird, ja, wahrscheinlich gehen, mit Itakura, muss man mal abwarten, der wird vielleicht sogar auf der Sechs eingeplant, dass man da auch einen frischen Wind hat, du hast im Endeffekt, spielst du mit einem Sechser, Achter und einem Zehner, die dann Player, Hartl etc. spielen können, hast du gut, gut Betrieb und vielleicht da auch so ein kleiner Umbruch, mal Neuhaus auch mal, ich glaube, ihm wird auch eventuell auch mal einfach eine Veränderung guttun und unserem Kader mit Sicherheit auch, klar, verlierst du mit Florian Neuhaus dann viel, viel Qualität, die aber auch in den letzten Jahren aufgrund von Verletzungen nicht konstant abrufen konnte, ja, mal schauen, Niklas Dorsch. Das ist aber auch eine Position, die hier nachbesetzt werden muss, ich habe hier auch ganz bewusst gesucht, nach einem Spieler mit Führungsqualitäten plus auch im besten Fall im Bundesliga Erfahrung, um eben auch dann in der Defensive junge Spieler wie Netz, Walters und Vandenbosch gemeinsam mit Kuhi Takura und Weigl eben dann führen zu können und Dorsch ist genau dafür der Richtige. Denn er ist mittlerweile 26 Jahre alt, spielt seit 2021 in der Bundesliga und pendelt beim FCA zwischen Bank und Startelf. Denn da ist eben auch eine Geschichte aus der Vergangenheit mit dabei, die bei Dorsch nicht ganz so einfach ist, denn zweimal hat er sich bereits den Mittelfuß gebrochen, auch jetzt fehlt er aktuell aufgrund einer Fußverletzung. Wenn das aber richtig verheilt sein wird, dann wird er auch keine Probleme mehr haben, denn ansonsten war Dorsch nie wirklich verletzungsanfällig. Unter Zestorup, der bei Augsburg seit einem guten halben Jahr der neue Trainer ist, war er zuallererst Stammspieler, hat aber dann diesen Platz nach seiner Gelbsperre verloren und mittlerweile hat sich eben dort Christian Jakic festgespielt. Deswegen glaube ich daran, dass Dorsch im Sommer verfügbar sein wird. Ja, also wie gesagt, ich glaube, vielleicht bist du bei Dorsch schon wieder eine Station zu spät zu den Hättest du holen können, bevor er nach Augsburg gegangen ist. Ja, das war bei Robert Andrich, den Hättest du holen können, wo er bei Union war, sind wir so, diese Entscheidungen sind dann manchmal ein bisschen zu spät gefallen. Adli waren wir mal daran interessiert, den wir dann nicht bekommen haben. Paco waren wir mal daran interessiert, den wir dann nicht bekommen haben. Merlin Röhl waren wir mal daran interessiert, den wir aus verschiedensten Gründen dann nicht verpflichtet haben. Und wir brauchen zwingend, zwingend, zwingend wieder diesen Turnaround mit einem richtigen Händchen. Vielleicht sind wir bei Dorsch jetzt auch schon wieder eine Station zu spät. Klar, kannst du den holen, wird aber dann mit Sicherheit auch teuer. Guter Mann. Und im Preis-Leistungs-Verhältnis eine richtig gute Möglichkeit sein kann für Virkus. Denn sein Vertrag in der Vogelstadt läuft noch zwei Jahre bis 2026. Marktwert, seht ihr ja, liegt bei 5 Millionen Euro. Und wenn dann eben ein Kunet-Verkauf wird, vielleicht sogar ein Neujahrs-Verkauf wird, dann sollte einer wie Dorsch er fast schon locker zu finanzieren sein. Und vom Spielertyp her ist er tatsächlich perfekt. Ich persönlich verfolge Niklas Dorsch und seit seiner Bayern-Zeit stand er dort aus der Jugend, hat sich dann in Heidenheim zu einem richtig guten Zweidiger-Spieler entwickelt, deutscher U21- Nationalspieler gewesen, dort Europameister geworden. Und ich mag ihn einfach extrem. Denn wir haben hier einen laufstarken Spieler, der auch generell sehr, sehr schnell ist, der technisch richtig gut am Ball ist und vor allem aber auch dann die Qualitäten mitbringt, die zum Beispiel ein Weigel nicht zwingt hat. Der ist sehr, sehr fleißig, er ist ein Zweikämpfer, der sich wirklich in alles reinhaut, der Räume zuläuft und auch einfach sich für nichts zu schade ist. Also Niklas Dorsch ist ein unglaublich toller Spieler, der normalerweise auch in seiner Entwicklung schon weiter sein könnte, der bei Gladbach perfekt reinpassen kann. Und fit ist Niklas Dorsch auf jeden Fall genau das Puzzleteil, was du neben Weigel auf der Doppelsechs gebrauchen kannst. Niklas Dorsch, guter Transfer. Den hatten wir ja auch schon ein paar Mal dabei. Jetzt auch in Gladbachs Offensive und da ist dann Christos Zollis meine Lösung für die Flügel. Denn auch über die müssen wir hier nochmal reden. Frank Honorar ist auf jeden Fall ein guter Transfer gewesen. Hack und Ngumu haben wir hier als junge Spieler mit weiterem Entwicklungspotenzial. Hermann spielt kaum eine Rolle. Ich hatte hier deswegen dann auch einen Unterschiedsspieler im Visier, der technisch vor allem auch nochmal stärker ist als Hack und Ngumu und Zollis ist eben auch dann genau das richtige Beuteschema. Er war ja bereits im Sommer 2022 Thema im Borussia-Park, auch bedingt durch Daniel Farke, die sich auch England gekannt haben. Damals hat ein Wechsel allerdings nicht geklappt, wohl auch, weil Zollis bis zuvor auch nicht so richtig funktioniert hat. Nowich hat es auch nie so wirklich geklappt. Mit seinen 22 Jahren hat er mittlerweile in Düsseldorf in der zweiten Bundesliga extrem geliefert. Er ist dort als Leihspieler von Nowich City unterwegs und hat in 26 Ligaspielen 18 Tore geschossen und 7 vorbereitet und spielt dort als linker Flügelspieler eine absolute überragende Saison. Sein Marktwert liegt mittlerweile bei 7 Millionen Euro. Wie Optionen von 5 Millionen Euro. Man weiß aber auch dieses Geld ist für Düsseldorf alles andere als einfach zu finanzieren. Das ist wohl nur bei einem Aufstieg möglich überhaupt zu halten. Aber selbst dann wird ein Weiterverkauf ein Thema sein. Klar Gladbach wird ihn auf jeden Fall nicht für einen Schnäppchenpreis von 5 Millionen Euro bekommen. Das wird sicherlich teurer werden. Aber das wäre es mir persönlich wert. Denn wer von euch schon mal Christos Zollis gesehen hat, ich habe ihn schon ein paar Mal live im Stadion sehen dürfen, aber natürlich auch im Fernseher sieht auf jeden Fall dass Zollis ein Spieler ist, der die Bundesliga im passenden System packen sollte und ähnlich explodieren kann wie auch aktuell. Denn der Grieche ist extrem schnell technisch top ausgebildet. Er geht gerne ins 1 gegen 1 traut sich auch was zu und kann eben auch im Kombinationsspiel funktionieren. Natürlich ist Zollis noch jung und er schwankt auch mal in seinen Leistungen. Auch in Düsseldorf hat er mal ab und an Spiel drin, wo er vielleicht nicht der ganz so auffälligste ist, aber dann hat er auch wieder 3-4-Spieler drin, wo er der klare Unterschied Spieler ist und gemeinsam mit Hak und Gumu kann dann auch erst recht geliefert werden. Weil auch das sind Spieler, die auch mal den Unterschied ausmachen können, dann aber mal auch wieder nicht. Und wenn du es dann schaffst, den richtigen von diesen Leistungsschwankungen auszuwählen, plus eben dann Honorar auf der anderen Flügelseite hast, dann kann das schon richtig gut funktionieren. Ja, bevor wir zu Loschek kommen, Zolle ist absolut guter Typ, Unterschiedsspieler, ja, ich bin halt, ich bin dann aber noch der Überzeugung, dass du in Gumo abgeben musst. Von in Gumo bin ich halt irgendwie krass enttäuscht. Also, was man in der Vorbereitung gesehen hat und was man jetzt teilweise geliefert bekommt, da macht sogar mehr Tore so, alles gut, aber technisch ist das nochmal ein krasser Unterschied zu Zolle definitiv. Zolle ist einfach ein Eins- gegen Eins- Unterschiedsspieler, macht ja auch dann die Tore. Ekliger Typ auch teilweise, was positiv ist, absolut positiv ausgelegt. Ja, aber ich glaube, du musst dann auch einen da abgeben. Hermann, klar, hört auf, Borges Sanchez, Kreuzbandriss, da kannst du jetzt erstmal nicht drauf bauen, und dann hast du Hack, auf den du definitiv bauen kannst, auch im Sturm, auf der Zehner Position, der flexibel ist, Honorar, aus meiner Sicht ja fast mit der Top Transfer, und dann würde es uns alles natürlich absolut gut tun, aber dafür würde ich dann noch versuchen den Kumo abzugeben. Und damit haben wir natürlich noch einen Transfer übrig, und hier bin ich der Meinung, dass die Offensive noch einen weiteren Neuzugang gebraucht, eine flexible Option, die sowohl bei Dreier- als auch Viererkette funktionieren kann, und da ist mein Vorschlag Adam Loschek, denn aktuell schon sehr abhängig von der Form und den Verletzungen von Alassane Plea im Sturm haben wir mit Schawanschara auf jeden Fall ein Potenzial, an dem ich auch noch glaube, der bislang aber noch nicht so richtig angekommen ist. Jordan hat jetzt nicht endgültig überzeugt, wodurch ich da eher mit einem Abgang plane. Auch deswegen kann man natürlich darüber diskutieren, dass man vielleicht auch weiterhin einen neuen klassischen Neuner hinzuholt. Meine Idee war hier aber eher eine Allzweckwaffe und diese Idee mit Loschek gefällt mir auf jeden Fall immer besser und besser. Bei Leverkusen ist er nämlich weiterhin nur Ersatz, vor allem in den Pokalwettbewerben, wenn er dann spielen darf, liefert er aber auch durchaus ab und mit seinen 21 Jahren hat er natürlich auch noch großes Potenzial. Aber bei Bayer oder besser gesagt auch unter Xabi Alonso passt er einfach nicht so richtig ins System er kann gut kombinieren er ist auch einer der technisch gut ausgebildet ist aber jetzt auch nicht optimal da reinpassen dieses wahnsinnige Kombinations- und Spielsystem und interessant ist natürlich auch als der Leverkusen gewechselt ist war ja auch Gerardo Seohane dort noch Trainer also unter dem Schweizer könnte es auf jeden Fall dann noch in Gladbach besser passen interessant macht ihn natürlich auch seine Flexibilität denn er kann sowohl als alleinige Spitze er kann perfekt als zweite Spitze spielen aber eben auch noch über die Flügel kommen und diese grundsätzlichen Möglichkeiten sprechen natürlich auch für ihn der Tscheche ist schnell er ist physisch vor allem auch richtig stark ist technisch wie angerissen echt auch gut ausgebildet und was ihn vor allem noch stark machen und das könnte unter Seohane wichtig sein im Gegenpressing da geht da auch mal wirklich die tiefen Wege da ackert er wirklich sehr viel für die Mannschaft und ist auch gut darin Bälle frühzeitig zu erobern bei Losek ist halt klar also wir haben jetzt alle gehört Jordan bleibt nicht höchstwahrscheinlich dann musst du vorne auch was machen wenn du mit Schwanzscher Losek da vorne spielen willst mit Losek hast du halt schon einen sehr beweglichen Stürmer vielleicht passt es auch besser zu uns mit Schwanzscher ja jemand der dann auch mal einen Kopfball verwerten kann hätte am Wochenende mal besser gegen den BVB gemacht wäre sehr spannend aber wie gesagt hier wäre nur eine Laie möglich wahrscheinlich mit Kaufoption maximal fände ich ein sehr spannendes Profil schauen wir mal wie es weiter geht sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027 und auch wenn der Marktwert 12 Millionen Euro beträgt kann ich mir sehr gut eine Laie mit anschließender Kaufoption vorstellen und dann würde ich es auch auf jeden Fall machen Top Blicken wir zu guter Letzt natürlich auch tatsächlich noch mehr Erfahrungen reinbringen muss mit einem ablösefreien Westigard keine Ahnung wäre für mich aber auf jeden Fall mal ein interessanter Mann Wolters Leiner Wolters ohne Profi Erfahrung Außenverteidiger Position sehe ich auch da auch mit Wolters nicht stark besetzt Weigel Dorsch kann man auf jeden Fall machen Reitz Sander noch dabei Kramer wo man sich auch mal überlegen muss ob man da ja ob das überhaupt noch Sinn macht sportlich gesehen da ja er hat noch Vertrag klar für wird auch gutes Geld verdienen aber ob das sportlich noch Sinn macht manchmal ein Freizeichen hin weil er einfach ja keine Rolle spielt und dann oftmals auch mittlerweile eine kleine Verletzung hat oder erkältet ist vorne sieht es dann schon echt gut aus Logex Schwanchera Plea dann mit den jungen wilden Botelli Fukuda das darauf lässt sich schon aufbauen auf den Außen Zolles Hak Onora in Kumu schwierig macht manchmal echt manchmal da Spiele drin wo du sagst okay jetzt ist der Knoten geplatzt aber dann kommen wieder drei Spiele wo du dir allerdings boah der stoppt den Ball weiter als ich schießen kann muss mich noch überzeugen trotzdem fünf gute Transfers die uns mit Sicherheit weiterbringen 11 von Mönchengladbach in der kommenden Saison und da habe ich jetzt erstmal im 4-2-3-1 System geplant natürlich könnte es auch sein dass Seohane wenn er Trainer bleibt auch damit habe ich ja hier durchaus geplant wie er mitbekommen hat auf eine Dreierkette weiter entsetzen wird ich persönlich glaube aber dass sich Gladbach in der Viererkette einfacher tut Omlin haben wir natürlich hier als Nummer 1 Omlin Nikolas wird so nicht kommen bin ich mir ziemlich sicher ich glaube nicht dass wir uns leisten können zwei solche Torhüter auf der Bank also einen von denen auf der Bank zu lassen einer von denen glaube ich wird zwangsweise gehen müssen um Ablöse zu generieren und dann baust du vielleicht auf Janoschowski als Nummer 2 wenn er Bock drauf hat aber ich glaube nicht dass Omlin und Nikolas sich das so teilen werden großer Fan von Nikolas Kersken für die Kaderbreite ist aber auch nicht die wichtigste Position Nummer 1 hat man vielleicht bräuchte es dann eine neue Nummer 2 wichtiger wird es auf jeden Fall sein in der Abwehr neue Spieler hinzuzuholen und da wäre eben dann meine Viererkette mit Walters Itakura Fandenbosch und Netz werden hier als mögliche Backup Varianten Liner und sag ich euch so wie es ist die Viererkette überzeugt mich nicht auf den Außenbahnen Kiarodia und Friedrich in der Innenverteidigung Janschke wäre natürlich auch nochmal mit dabei aber sollte man natürlich Wöber und Elwedi abgeben halte ich es auch für gut möglich dass er noch dann sogar einen weiteren Innenverteidiger hinzuholt aber dafür war eben dann hier bei 5 Transfers für nicht zwingend der Platz denn wir brauchen eben auch einen neuen Sechser mit Niklas Dorsch den wir eben dann neben Weigl haben Kramer mit eben dann Honorar über die rechte Seite Solis über die linke Seite und dann eine sehr flexibel angelegte Lösung mit Plejar und Loschek ich will jetzt hier gar nicht damit aufmalen dass ich ihn wie Loschek als typischen Neuner sehe er hatte seine stärkste Phase in Prag vor allem auch als zweite Spitze da kann er am besten funktionieren aber eben dann im Zusammenspiel mit einem wie Alassane Plejar der ja auch ähnlich agiert kann es glaube ich richtig gut funktionieren ansonsten gibt es auch bei Plejar immer wieder Abgangsgerüchte wäre Loschek finde ich auch sein optimaler Nachfolger wodurch man dann im Sturmzentrum Schawanschara oder einen anderen Neuzugang hätte Hak Ngumu oder auch Hermann wären hier weitere Möglichkeiten im Sturm könnte man aber auch durchaus Vertrauen haben in junge Spieler wie zum Beispiel Boteli Fukuda oder auch Ranos Jordan hätten wir hier jetzt grundsätzlich erst mal als Abgangskandidaten und wenn man dann eben doch mit der Dreierkette spielen wollen würde im 3-4-3 wäre auch das mit der genau gleichen Startelf möglich denn wir haben eben ganz bewusst einen rechten Verteidiger geholt mit Walters der auch rechten Innenverteidiger spielen kann der wird dem dann ins Zentrum rutschen Netz könnte offensiv agieren Honorar würde dann auf die rechte Schiene rutschen und dann wäre das wie gesagt die Offensive ist ja auch diese Saison nicht unser Problem wir machen ja genug Tore das liest sich auch gut ich gehe auch davon aus dass wir weiterhin viele viele Tore machen werden auch nächste Saison Player muss man mal abwarten Lorchek finde ich spannend Zolles finde ich spannend absolut auch Deutsch nur in der Verteidigung brauchst du mehr Widerstandsfähigkeit definitiv und da sind auch die Sechser mit dabei ob Deutsch diese Stabilität bringen kann ja keiner mit Sicherheit und dann Hack und Gumo da mit dem Boot also in dieser Saison natürlich Zolles nicht aber Hack und Gumo und Honorar die dann auch für Stabilität sorgen müssen das Dreier Sturm gespann eben mit Plejar Zollis und Loschek als auch das wäre genauso gut möglich insgesamt habe ich mich auch daran orientiert durchaus auch in der Bundesliga nach Spielern zu suchen ist ja auch eine Transfer Strategie von Roland Virkus und ja auch sowas so wir gucken viel nach Frankreich so ein bisschen Schweiz Österreich aber ich würde mir auch mal wieder ein bisschen mehr Kreativität wünschen England Schottland fände ich super spannend England wahrscheinlich schwierig dann eher doch Schottland wo es viele spannende Spieler gibt Skandinavien waren wir mal für bekannt gibt es mittlerweile kaum noch Gerüchte zu ja auch mal wie gesagt vielleicht auch mal über den Teich gucken Südamerika vielleicht mal was Neues hinzufügen was anderes ein anderer Charakter auch vielleicht mal ablösefreie Spieler holen jetzt nicht aus Deutschland sondern die auch ein bisschen Erfahrung mitbringen klar dass wir jetzt verstärkt auf die zweite Liga gucken was mit Sicherheit im Fall von Zolles oder Zolles ist nicht ablösefrei im Fall von Hartel Sander gar nicht verkehrt ist aber muss man natürlich auch dazu sagen Not gedrungen in Bosch mit Walters gibt es unglaublich interessante auch junge Spieler die man im Ausland für relativ gutes Geld bekommen kann abschließend kann man hier auf jeden Fall nochmal dazu sagen dass eben Gladbach aktuell in einer Übergangssaison steckt natürlich soll der Super-GAU Abstiegskampf vermieden werden das wird glaube ich aber auch funktionieren und der Umbruch ist eben im letzten Sommer angestoßen worden naja Abstiegskampf vermieden so mit fünf Punkten Abstand bist du quasi eigentlich schon drin so auch wenn ich glaube dass wir dann im letzten Endspurt dann nichts damit zu tun haben aber fünf Punkte zur Relegation ist jetzt nicht wo du sagen musst wir sind nicht im Abstiegskampf es braucht aber nun weitere Änderungen und da war für mich grundsätzlich wichtig mehr spielerische Qualität in die Abwehr hinein zu bekommen einen klaren Sechser zu holen neben Weigel wenn er Stammspieler bleiben sollte plus eben auch Unterschiedsspieler für die Offensive zu finden das System und das Seohane kann dann glaube ich mit diesen Spielern noch noch mal besser funktionieren und dann kann man auf jeden Fall noch wieder Richtung obere Tabelle verblicken je nach Spielglück je nachdem wie du dich auch dann in eine gewisse Form reinspielen kannst könnte es vielleicht sogar dann mal wieder für Europa reichen auch wenn in Gladbach teilweise die Stimmen so sind man hat Angst davor Schalke 2.0 zu werden gehe ich nicht davon aus Gladbach steht finanziell gesehen auf jeden Fall gut da schafft man es eben dann Spieler wie Kone vielleicht auch wie Neuhaus wie Elwedi für gutes Geld zu verkaufen dann bin ich mir sicher kann man mit den richtigen Schlüssen aus der aktuellen Saison einen richtig guten Kader zusammenbauen und meine fünf Vorschläge könnten ja vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle helfen und jetzt interessiert mich dazu auch mal eure Meinung Meine Meinung dazu ist New das Video hat er wieder gemacht muss man einfach sagen dafür gibt es natürlich wieder einen Daumen nach oben von Buschis Borussia für dieses Video absolut top wie immer und ich muss auch mal meine fünf Transfers irgendwie machen dafür muss ich mal in die Recherche gehen paar gute Spieler raussuchen und ich bin gespannt auf eure Meinung lasst gerne ein Abo und Daumen da für knackige 40 Minuten war wieder eine